Guck, guck, Miki! Stirb! Stirb, Darkfire, stirb! Ja! Ja! Ja, aha! Hast du das gesehen, ey? Das war purer Skill. Das war purer Skill. Das packe ich vors Intro. So glücklich bin ich. Peace, Leute. Also, ich wollte sowieso gerade mit Darkfire aufnehmen. Der ist gerade nebenbei da. Und ich musste mich einfach schlapp lachen, weil der Typ, der kennt uns zwei und der kennt Zorsk. Das ist voll cool. Also, falls du gerade das Video guckst, schöne Grüße an dich. Ich mag dich, du bist cool. Ich war einfach so, Gaming Maisie, ich mag deine Videos. Und ich, hä? Ich dachte, das war so eine random person. Und da komme ich auch auf den Server High Darkfire an. Das war so cool. YOLO. YOLO! Nein! Fick dich! Fick dich, Darkfire! Fick dich! Lass mich le- Lass mich nicht volllaufen! Ach, du bist tot! Ich hab dich gesucht! Du hast mich dreimal gehittet und ich war sofort weg, ey. Boah, wie kommt man denn hier hoch? Ich will nicht sterben! Nicht schon wieder! Ich bin schon zweimal gestorben. Das ist doch einfach erbärmlich! Wo bist du? Hier! Hinter dir! Ah, scheiße! Scheiße! Oh, Mann! Das ist nicht dein... Guck, guck, Miki! Stirb! Stirb, Darkfire! Stirb! Ja! 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 Ah, 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 ah! Hast du das gesehen, ey? Das ist ein purer Skill. Ja, hab ich. Das ist ein purer Skill. Das packe ich vor das Intro. So glücklich bin ich nicht. Guck, guck, Miki! Nein, wo bist du? Nein, nein! Warte, warte! Ich will noch Kisten und... Ich will noch Kisten. Da war ein XP-Votage drin. Mann! Ich schwerf deine Leiche damit ab. Geh weg. Wie, du hast schon ein Schwert? Ich auch. Nee, ich hab gar kein Schwert. Natürlich hast du ein Schwert. Oh Gott, du hast aber ein Schwert! Komm her, ist doch nur ein Steinschwert. Ey, Pussy, komm her, Pussy. Jetzt teleportierst du dich hin und her. Ah, ich hab dich gekillt. Ja, noch was für so ein Droh. Oh, dann kann ich mir jetzt aussuchen. Darkfire ist sehr ruhig. Das ist sehr hinterhältig. Das hört sich auf jeden Fall sehr hinterhältig an, wenn du nichts sagst. Achso. Deswegen. Ich muss ja auch versuchen. Hast du was? Immer, immer wenn... Ja. Nein! Ja, komm! Stirb, 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 stirb. Oh, 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 oh! Schon wieder... So komm... Ich mach einfach... Ich steck einfach im Spinnenleben fest! Ich... Ich hab auch im Spinnenleben so halbwegs gestickt. Oh. Gary... sind die PvP-Skills auf meiner Seite. Komm her. Hä, du leckst über die Map wie Scheiße? Du leckst... Jetzt bist du der über der Wand. Hä? Ja, leck for the wind. Ey, das war übel. Alter, du hast geleckt wie Scheiße. Du warst bei mir auf der anderen Seite der Wand und hast mich gehauen. Wo bist du? Ich fall bei dir. Wo bist du? Da, Alter! Lass mich, lass mich einen Stick finden. Lass mich Stick finden. Dann mach ich mir einen Eisenschirm. Ich kam an die Idee von wegen meinem Internet. Das ist einfach nicht mehr witzig. Nicht zum Teufel, was machst du denn? Sterben. Was sonst? Jetzt kommt er einfach bestimmt von unten. Alter! YOLO! Nein! Oh Mann, das war doch so cool geplant. Werf dir! Ich schmeck Eisen ab! Das ist auch funktioniert. Hätte ich einen Bogen, dann könnte ich wenigstens ein bisschen PvP zeigen. Alter! Wie du einfach unter mir bist und du checkst es! Oh Mann! Oh Mann! Ob ich da rüberspringen kann? Wie du einfach in die Habe gefallen bist, Alter. Ich seh dich, ich brenne, ich brenne hinter dir! Ey, das ist doch peinlich! Das packe ich nicht rein! Das kommt schon vor, Sinträuter. Du brennst. Du, 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 guck mal, jetzt fliegt der eine. Green Pie. Schweb, fliegen die ihn alle an und schlagen ihn. Würde dich echt gern bitten, dass du jetzt endlich mal in den H1 kommst. Warte, ich filme das gerade. Dann kann ich den Videotitel in den Flash und Blitz verprügeln. Können wir das machen? Hallo, Micky! Nein! Ich bin einfach fast gestorben, sofort. Was hast du denn für eine Waffe? Komm her, ich hau dich mit der Hand! Ja, ich hab ne Hand. Jolo! Ich hab dich mit der Hand getötet. Wie viel Schaden machst du mir, Junge? Ich hatte ein Steinschwert und ich glaube, ich hab dir gar keinen Schaden gemacht. Du hast mich nur nicht mal einmal getroffen, Alter. Und ich hau dich einfach mit der Hand zur Tode, ey. Das ist nicht dein Ernst. Hast du es gesehen, Flash-Tune? Bin ich gut? Ja. Bin ich gut? Ich seh das als ja. Weil du jetzt schieger bist. Ja, stirb! Jetzt fliegst du nicht mehr, ja! Nein! Bin ich gestorben? Hab ich doch gesagt, bin ich nicht mehr Fliegster bist so, und dann... Ich war nicht am Fliegen. Ja, ich war nicht am Fliegen. Ah, mich geil. Ja, nein! Jetzt flieg doch runter. Junge, flieg doch runter. Nein! Ja, ja, ja! Hä, es geht direkt wieder los, guck mal, ich kann... Hä? Ne, du hast gewonnen. Oh. Ja, habt ihr das gesehen? Das war purer Scale. Purer Scale. Das war's. Please, okay. Nein! Ah, du bist sexy! Nein! 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 Hier ist ein goldener Schwein! Irgendwie macht die Hand ganz viel Damage. Probier das selber aus. Nein! Nein! Oh, ich dachte, ich krieg dich noch. Nein! Mir macht die kein Damage. Ehrlich jetzt? Oh! Das ist nicht mein Spiel. Irgendwie ist es mein Spiel. Oh, komm schon! 3-0! 3-0! 3-0! Hier muss ich nicht mal den Best-Off rausstellen, das ganze Spiel ist best, man. Ich hab schon gleich verloren! Merkst du das eigentlich gar nicht? Ich mach dir immer die gleiche Taktik. Ja, okay, ich hab verloren. Ich wollte auch verlieren. Ich bin wenigstens ehrlich, so. Ich wollte verlieren, damit wir jetzt eine andere Match spielen können, wenn wir die gemacht haben. Das hast du gesehen! 5-0! Abonniere mich! Jetzt ist Finale! Finale! Oh! Finale! Ich werd gewöhnen! Nicht! Ich hab einfach nicht gesagt, den hab dann den Block hinter dir weggemacht. Ich will nicht mehr! Holzschaufel! Oh! Ich bin hier unten, es ist ein Bug, oder ich hab keine Ahnung! Ich hab kein Internet! Ich hab kein Internet! Ich hab kein Internet! Ich hab kein Internet! YOLO! Gnäckchen Last! Was ist das? Nein! Dein Tod! Was ist das? Nein! Dein Tod! Aber du hast die Endappellen, das genommen genommen! Timothyaktion nach strakä- Huho-호 Keith! Huho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ha-ho-ha-ho-ho-ho-ho-ho! Das ist so behindernd, Alter! Ich kann nicht mehr laufen, lass mich, lass mich meinen Apfel fressen. Jetzt, fahrrecht! Lass mich meinen Apfel fressen! Ah, nein! Ich hatte nicht erwartet, dass du gut ausgerüstet bist. Komm mit dem Brot, mit dem Brot, mit dem Brot! Mit dem Brot! Ich, ach, hat er mich doch ergenshaft gemütet. Demütigt, demütigt. Christenrock. Christenrock? Christenrock. Wie hört sich denn bitte schön Christenrock an? Jesus! Jesus! Jesus, ich habe dich gesehen vor 2000 Jahre, es ist geschehen. Bist du! Ja, und jetzt nicken, gell, du kleiner Buster? Komm, jetzt, 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 Schnauze. Ach komm, jetzt kill ich dich aber. Mickey's Milchshake, dein Ernst? Ehrlich? Mickey's Milchshake. Warte, warte, wo bist du? Töte mich mal nicht. Ne, doch kein Mickey's Milchshake, Milky Milchshake. Ne, du hast mich voll verarscht! Du wolltest mich rauslocken. Ey, komm, dislike, dir Abo, was auch. Ne, ich hab zwar wirklich Mickys Milchshake am Anfang gesehen. Mickys Milchshake, ich komm so raus, töte mich nicht. Ne, da steht Milky und direkt bin ich tot. Lebe deinen Traum, denn er wird wahr. Ne, ne, stelle dich der Gefahr. Alles, was wichtig ist, dass du erkennst, wann es gekommen ist, ja. Halt die Fresse. Der Hintergrund. Oh! Oh! Ja, 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 wie jetzt? Hä? Hattest du ein Glück, Junge? Das ist doch... Ich hatte ein Schwert! Ja, und ich hatte die Skills, der Faust. Ich hab dich doch getötet, Junge. Was ist das? Nein, hast du nicht. Ja, das ist nicht mehr witzig. Ich wollt Weizen haben. Okay, Leute, das war's für dieses lange Video oder keine Ahnung, wie ich das jetzt bearbeite. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst doch bitte eine positive Bewertung da. Falls nicht, dann lasst am liebsten keine Bewertung da. Schaut bei der lieben Darkfire Hunter vorbei und lasst ein Abo da. Ja, irgendwie tu mal so, als wärst du ganz lieb, als hättest du mich nie hier umgebracht oder sowas. Nö. Oder hier, Flashtunes ist auch mein bester Freund. Keine Ahnung. Also haut rein, Peace, bis zum nächsten Mal.